hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von random gezockt wir spielen der hunter und mit dabei ist der nico hallo hallo und der anton der grad schon hier so umgeballert hat so random hier so und ihr seht hier meine erste erlegte beute wo anton jetzt quasi draufsteht wundert mein mein triumph schmetterling schmetterling töten da ist er da ist er ich seh ihn ich seh ihn ich seh ihn warte ich hole ihn ich hole ihn ach er hält mich still ich treffe ihn nicht da hinten ist irgendwas am zaun das nicht gucken was ist das ach gehen wir hin zu die lagerferriere ey wie steht man auf hier ist ne ratte ich hab ne riesen fette ratte ach ratte bleib stehen ja hast du auch eine gefunden ja so eine hab ich grad erlegt ich treffe nicht verdammt ja wie steht man auf mann ab und schiff los nico du machst es ich hab sie die leute hier hier ach komm zurück bleib stehen komm zurück renn nicht weg renn nicht weg komm zurück da kann er blot jetzt bleib stehen okay ich sehe sie auch nicht also scheinbar kann man ich hab sie erledigt sehr schön jetzt muss anton auch noch einen erledigen aber das stimmt schon ich konnte die jetzt auch nicht sehen also anton konnte meine nicht sehen und jetzt konnte ich auch nicht kurz nicht sehen so ein bisschen komisch jedenfalls der hunter ist ein free-to-play-spiel könnt ihr auf steam ausprobieren ja kostenlos spielbar unter der kategorie ab ja dafür müssen sich aber leider anmelden was ein bisschen blöd ist oder registrieren das sieht hier aus wie auf so einem golfplatz so ein abschlag hier kannst du drücken kommt raus nein ich war zu langsam aber so viel munition habe ich nicht und ich drücke 3 2 1 antonnen ja ok ok aber der schuss war genau so in groß und ich hab nicht drauf wobei extrem laut hallo wir stehen hier im impfen stand ja das kann man kommen lesen wir haben einen schulstundenplan leute wann was ist denn heute certifikate of incorporation liberty reserve investment interessant ich würde sagen wir gehen jetzt mal um die seltenes und sammeln paar tiere das nimmt sinn und direkt des spiels man glaubt es kaum wir müssen den etzer oder atzer 82 töten genau das ist unser ziel unsere mission ich glaube es ist auch sehr vorbildlich einfach hier durch die gegend zu rennen und sehr viel krach zu machen und die tiere auch wissen dass wir kommen ja natürlich natürlich so hier sieht man jetzt dieses coole iphone mit das iphone mit android was auch outdoor proof ist ja kann man auch noch dazu sagen doch alle cool auch anton nimm dein smartphone in die hand junge wunderschönes smartphone und man kann auch coole landschaft fotos machen so mit den beiden drauf knicks einmal die erste fotografiert ach ja 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 die arsch wo ich mal wunderschönes smartphone ich weiß nicht wie es euch vorkommt aber ich finde der stöhnt so ein bisschen weiblich ja ach 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 naja äh mit das war mit sieben ne halt mit mit sechs bekommt ihr die beiden Kilo aufgrund also die Fernseher die durch folgen das sieht ja mal cool aus und ich suche schon ein Tier aber ich habe noch ganz gefunden ich glaube wir werden ich sehe ein Vogel ich sehe ein Vogel ach eine 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 Nasenbär ach Achtung Achtung er stinkt fürchterlich okay ja bestimmt gibt es hier auch Drachen und Einhörner die sind besonders selten ja dafür musst du dir aber vorher so eine Spritze dir geben damit du dir das zu Gesicht bekommst fliegende pinke Elefanten die auf Pilzen reiten genau wo ja Anton Halt dein Maul Junge Anton halt dein Maul läuft Anton das kommt von mir oder ja man Anton ich hab's doch immer gewusst alles das und wie machst du das das ja auch so was ist der Scheiße ich dachte es das wäre was zu essen um die Tiere zu lassen jawohl um die bärmann zu locken also ein bär ne halt doch nicht doch hier doch ich scheiße jetzt mal auf das fernglas ich guck jetzt einfach nur durch das fernrohr von der sniper ich auch nicht das ist kein mmo wo die tiere mal in scharen rumlaufen ich habe es gefunden was denn eine tante boah guckt ihr dieses exemplar wunderschön und alt was war das leute ist über das orange ja ich habe gedacht da liegt so ein kedava oder so hier habe ich auch gesehen hier ist schon wieder dieser kollege hat ein waldkanischen getötet vielleicht heißt es dass hier irgendwelche tiere warm ich meine hier sieht es doch schon aus als wären irgendetwas eingeschlagen so wie die Bäume alle ist das da oben was ist das da sind bestimmt tiere hier glaube ich auch die gucken glaube ich gerade alle fernseher genau die bereiten sich auf die wm vor oh ja da ist schon wieder diese rote markierung ja was gehört komm mal her komm mal her oh oh ich habe es gehört was denn war voraus war voraus war voraus genau hier oben es kommt von hier oben jetzt habe ich auch gehört dieses äh hässliches ja ja jungs wir schaffen das wir werden noch was tötet und freunde ja schüttel ja schüttel das ist hier so ein Wald aber weg da hinten wirken was ne doch nicht ok doch das ist das ist was das ein Schwein oder Bär oder so was das ist du bist du ja hier ich bin hinter vor hinter euch da hinten machen wir sehen klautschen ganz ruhig ganz recht das trampel trampeln wir haben auch nicht heute es der geht heute das ist ein Schwein schocken das ist ein Schwein boah das ist da hinten an der an dem Baum an dem an dem Wald dahinten was ich da gesehen hab da hat so ein kleines Schweinchen so oink 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 das kommt doch zum Grill oh ja barbecue ich glaube das war abgehauen toll super die teuer macht oh ja toll boah zum boah ne das ist noch da es ist noch da es ist noch da ja es ist eine weitere ne ich jungs ich schieße jetzt gleich klar ist das wir schießen auf drei ich will es aussehen lass die Zuschauer aussehen warte warte weg ich will es aussehen neul das ist einfach mal weg gerannt wo war es denn weiter links wo ja das war ich lauf grad dahin aber toll das ist einfach mal abgehauen alter wir holen jetzt komm mit der eine läuft nach links der andere nach rechts warte wir sind hier lang hier hoch ist es krank wir müssen ihre ähm hier wer ist nochmal pforte auf ja fährte pforte 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 ausspülen hier sind hier Spuren hier sind hey hier sind oh Leute ich weiß was die roten Teile bedeuten siehst du das vincent es leuchtet so auf ich hab ja selbst was ist hier ach hier Spuren von einem seltenen tier namens schwein äh habe ich einen männlichen Charakter oder einen weiblichsten das ist echt weiblich ne wenn es männlich stimmt dann nicht so weiblich irgendwie ein bisschen doch doch ich hab er ist echt weg man er ist abgehauen hast du toll gemacht an das einzige Tier in diesem Spiel und ich hab's nicht gesehen hier 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 sind die Spuren jetzt hier hoch dran da hält doch keine Ziege ich glaube da wird es verscheuert okay mach weiter es ist Richtung Meer geflohen es ist ein Meerschwein okay äh 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 das ist das mit den Wolken ist eigentlich auch schon gut gemacht manchmal wird es zu dunkeln wieder hell ja nein bin ich gerade das schaut so aus hier sind die Spuren an die sollten wir glaube ich den Spuren folgen oder ja tue ich doch ja hier geht doch Spuren lang ja auch hier sind die Beine ja das Schwein wird uns verwirren das Schwein hat überall hingekommen ja okay 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 Alter Anto und du mit deiner Ziege ich hör's ich hör's ich hör's ziemlich schnell sind wir wiederum geschrien war Anto mit seiner Ziege nein das war ein anderes Geräusch ich will mich ducken jetzt duck ich mich das war hier irgendwie so hinter dem Hügel hier quasi war das schon also vorsichtig ja ich hab's auch gehört grad komm schon zeig dich war es nur wirklich so rosa also so wie ein normales Dingsschwein oder ein Wildschwein es war ein Wildschwein Wildschwein okay kann man aber irgendwie noch so mit dem Gewehr nö ich glaube nicht probier's mal Wild ab und Wild runter ja man hätte es auch sehen müssen war doch ziemlich laut oh da hat jemand geschossen ich hab nicht schluss bis hierhin gehört alter schoss auf verwildertes Schwein vielleicht war das unseres vielleicht hat er unsere Beute getötet da ja da ist es wo hier lang hier lang wenn das mal hinlegen ich drücke mal STRG statt SHIFT du musst C drücken damit läuft das bisschen schneller wir grabeln uns langsam auf das Tier her an ja wir haben schon fast die Hälfte von unserer Zeit und wird noch kein Tier gefunden die Sonne ist anhanden zu können es weiter geht es weil ich werde es nicht erschrocken wo lebt er dabei läuft ja ich sehe ich will so aussehen vorlesen werden er muss hin schüttelte direkt aus alter Mann schnitts läuft so möchte ich das lässt uns nichts übrig und ich habe es immer noch nicht gesehen ist das denn von den texturen der gut getarnt oder auffällig oder es droht uns und troll schweigen die spieler sind willkommen was hat das gerade hier war die vogel antwort du mit deiner ziege pass auf nachher enttat sich das so als horrorspiel gleiches Slender oder so hinter uns Lass mal von nirgends ein bisschen Aufblick mal gucken ob ich hier in der Funde warte Kriegskobe du hast sie verjagt man jetzt habe ich sie alle aus ihrem Verstecken gelockt weißt du du bist so ein guter Taktiker ich weiß danke danke ich glaube ich trau ich lauf gerade irgendwie voll von euch weg aber müssen wir uns irgendwie ein bisschen so ja ja auseinander tun wir sehen uns eben ich hab die Spur im Deck ja ich geh mal ein bisschen weiter nach links aber ich sehe gerade keine Spurmarkierung das glaube ich nicht so gut ich lauf gerade über den Berg hoch und wir gucken ob ich dahinter was sehen kann vielleicht ein anderes Tier muss doch irgendwie funktionieren dass wir irgendwas erwischen ich will nicht sagen ob das Spiel ist überhaupt nicht so doch war das aber habt ihr es auch gehört dieses rascheln ne ja doch das ist das war ich glaube ich jedes mal wenn man durch den Busch läuft durch die Büch ja ich glaube das ist auch so wenn man irgendwie ja durch sowas läuft dass es voll Lärm macht und die Tiere waren können ja aber die Insel sieht schon cool aus oder muss man das sagen ja ich hab den Zonken doch nicht ich hab Kaka gefunden very good ja von hier oben muss man doch irgendwas sehen ich hab die Spur aufgedeckt ich hab die Spur aufgedeckt kann man doch sterben wenn man irgendwo runter fällt oder was ne ich glaube nicht versuch mal also hui und man kann nicht mal springen wow ich rutsch hier runter ja ich hab die Spur gedeckt ich folge die Spur ja ich lauf gerade genau in die entgegengesetzte Richtung wie ihr das ist ja nicht schlimm dass wir uns ein bisschen aufteilen das ist ja irgendwie keine Gefahr bis dahin das Schwein wechselt zum Angriff und haut und jetzt alle weg ja warte ja ich sehs ich sehs ne warte das ist kein Schwein was ist das lo es ist in den Stein verschwunden what the fuck das war irgendwie so ein Hirsch oder so ein Re ne warte was da unten ist ein Schwein ich sehs ist am Wasser im Wasser? am Wasser am Wasser eh warte du musst da runter gucken ob ich sehs warum kann ich nicht schießen weil du eine Essenz brauchst du möchtest töten echt? wir dürfen keine Tiere töten das war voll die Lüge es ist am Wasser du siehst aber nicht warte wenn ich da war's ja ich kann irgend ja da läuft das ok kannst du nicht aufs Tier schießen ich glaub ne ne leu weiter hab ichs getroffen? ich glaub in dem Moment wo ich schießen wollte und der das gesagt hat hätte ich das getroffen weil ich glaub wenn man nicht trifft dann darf man schießen ja es ist auf jeden fall da sind zwei Tiere ein Tier so ein Reh oder so ist halt in den Steinen gelaufen ich sehs ich sehs ich komm mal wieder zu euch da sind führe ich mich so alleine es ist viel zu weit weg man doch es war wirklich am Wasserwünschen ah du bist oben Münzchen ne? ich bin unten ne? hast du es auch gesehen ja da in die Richtung war auch ein Reh oder sowas ähnliches naja das ist jetzt wahrscheinlich weg ja ich hab's nur in den Stein laufen sehen ich hab's nur in den Stein laufen sehen ja vor allem so nach dem Motto er ist leckt und dann trifft man's nicht ups ups aber warum kann der Dreh einfach mal in den Stein rein so nach dem Motto weg ist vielleicht ein Glückschwein sehst du mich eigentlich? ja du bist 300 Meter von mir entfernt Anton ich bin eigentlich was neben Münzen nein naja fast ist ein bisschen übertrieben ich seh dich halt ich seh dich ne 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 da hab ich einen wunderschönen Ausblick von hier oben aber zumindest Gott durfte ich auch mal zwei Tiere sehen ach ich hab noch eins gesehen aber das ist ja irgendwie dann doch voll der pay to win scheiß wenn man jetzt dafür so eine lizenz ja ein schuss wurde von mir blockiert und ich vermute mal der schuss hätte gesessen weil sonst hätte er mich ja nicht blockiert da fliegt irgendein vogel kann man den töten weil ich nicht voll versucht darf man nicht lol der fliegt auf mich zu landet einfach mal neben mir und kackelt jetzt hier rum der ist ja überhaupt nicht scheu aber ich hoffe ich darf ihn nicht töten ja ich darf ihn nicht töten ja ich darf nicht schießen warum nicht ja weil dann dr pay to win lizenz bitte also ist es mehr um die wir dürfen uns die natur gucken man ist immer echt nichts ratten ja genau aber ihr müsst das mal wenn ihr euch die aufnahmen anguckt müssen wir auf den vogel achten das sieht so aus als würde mich attackieren wollen weil wir genau auf mich zuflog ja so dass das rät hier auch eben in den stein einfach also von zehn punkten das spiel von mir leider nur eine 2 ich glaube was ist da kein tier dahinten ja wenn man ich dachte ich konnte wenigstens tiere kehren nein ich sehe das re ich sehe das re ich sehe das re ist ja eigentlich nichts weg habe ich es erwischt weiß ich nicht ich weiß nicht wo das re ist wo bist du überhaupt da wo hast du es gesehen genau wirst du gerade auf die stelle zu ja genau wenn du jetzt gerade ausguckst siehst du wo der so ein berg so zu ende geht genau da drunter aber der muss doch unten stehen dass ich es erwischt habe oder nicht nein schon aber du darfst es ja nicht erwischt ja doch ich habe es genau auf das ziel geschossen aber es ist genau hier liegt es da wo ich bin jung ich bin cliffhanger oh shit oh shit oh shit doch ein berg verschwunden oder wie kannst du aber nicht sterben das ist ja das ist ja eine art zar art sehr keine ahnung jeden fall jemand mit lizenz weil er killt ja scheinbar tiere aber wenn wir jetzt wirklich dafür eine peste ein bisschen müssen dass die ober tiere zu töten da bist du nicht der einzige anton ich geh mal ein bisschen schwimmen ja immer kann ich weiter ja man kann ja ertrinken das heißt man darf ja nicht sterben wenn man schon sowas programmiert dann oh my god ja ganz ehrlich nur leute die gerne als beruf förster oder jäger machen wollen die beruf für die wir waren also ganz ehrlich gesagt für mich ist das spiel ein richtiger reinfall aber sowas von reinfall und nicht mehr so habe ich noch was gesehen doch da hat sie ich glaube ich war schon da das so wer wird recht recht am wasser ja es läuft also wie schnell es rennt also oder wird der hermann junge hinterher nur mit ihm verfolgen auf ich bin ich bin es war voll also wie viel werfen ihr tötet der hat zwar direkt doch heute der hat ein bord der hat ein bord plus wollen da sieht die ganze hier ist schon naja hä leul ist es weg mal wieder das kann sich sporten einfach so was war das für ein geräusch soll es jetzt ist jemand in die da schon wieder als platz ist jemand die hände an den beinen ab oder so also hier warte weiter nicht das nicht dieses klatsch platzplatsch platz ja genau alles klar naja deswegen haben wir kann man auch so ein bisschen als game review bezeichnen dass wir ja das spiel hat man zeigen falls sie es noch nicht kennen kann auch sein dass wir so einer der letzten dieses scheiß game kennenlernen also mein fazit ist oder unser fazit ist es scheiße so scheiß ist noch untertrieben review ende danke ja jetzt ja bald geschafft leute noch circa knapp drei minuten dann ist ja auch schon vorbei bohr wisst ihr ob er sich bock hätte wäre wolf team alter habt ihr schon mal gezockt ja ich habe ja jungs hier ist was hier ist irgendwas ne doch nicht ok war fehlalarm fehlalarm jungs keine panik auf der titanik hier also ich erschrecke mich jedes mal ich hab noch drei schuss leute ja ich hab auch nur einen oder naja noch die reserve halt aber ich glaub den letzten schuss werde ich erst am ende verballern wenn sie nichts davon haben warum bist du denn nicht so schnell hast du denn mit dem ziel oder was ja ja ich auch was willst du hier einstellen ob du schnell hast oder nicht einmal drücken halt und das aus ja ja hier sieht man auch kaum irgendwie was hm alter hm 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 Pass auf, jetzt finden wir noch so das seltenste Tier, so ein goldener Bär, Alter. Das ist ein goldener Bär. Hier gibt es erst einmal noch mehrere Waffen, wo wir so das, ich sag gerade irgendwas kam mir entgegengelaufen. Irgendwie mehrere Waffen, unterschiedliche Tiere natürlich. Ja, aber Pay to win die Sache halt. Auf jeden. Was ist das? Anton hämmert auf die Tasten. Nicht nur einer. Mäh, mäh. Na ja, gut Leute, die Zeit ist jetzt schon um. Ein Glück, kann man sagen. Oh, schade, ich hätte gerne weiter gespielt. Ja, wir zocken natürlich noch Stunden und Meter nach der Aufnahme. Oh ja. Ja, das war's mit The Hunter. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Unterrettentier, ein Raptor oder was ist das? Oh, ich hab's fast noch getroffen. Ne, das war irgendein Vogel. Na ja, bis zur nächsten Folge und haut rein. Ciao. 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 Ohne Scheiß. Ich geh jetzt raus und hinter dir sofort, euch. Ich auch. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen es hat dir gefallen. Wenn du uns da unterstützen möchtest, kannst du dem Video einen Daumen nach oben geben, oder auch gerne einen Kommentar posten. Weiterhin hast du jetzt die Möglichkeit unten links auf unser Kanal Logo zu klicken. So kommst du direkt auf unseren Kanal, wo du dir weitere Videos anschauen kannst. Zudem kannst du uns sofort kostenfrei abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Einfach auf den Subscriber Button klicken und fertig. Wir haben auch eine Facebook Seite, wenn du möchtest, lass auch dort ein Like oder eine Nachricht da. Und zu guter Letzt stehen dir drei Videos zur Auswahl. Draufklicken, Ansehen, wir wünschen gute Unterhaltung. Somit verabschieden wir uns mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und hau rein. Ciao.